hallo leute und heute spielen wir wieder minecraft den bunker ja das ist der vierte teil und heute habe ich mir vorgenommen dass wir ein bisschen schon mit dem zehnten teil oder wann es wird anfangen dass wir die plattform machen ja aber zuerst müssen wir ein bisschen erde und ich habe die ja ich glaube dass wir reichen haben wir haben so viel ja und im vorigen teil haben wir schon die die bilder bilder turm gesehen aber jetzt ist die frage wo ist eine welt ja und die habe ich keine ahnung dafür wollte wollte ich sie suchen ja aber ja ja da ist sie und aber wo ist die village ich glaube die wird hinter dem berg oder da irgendwo ich habe keine ahnung und ich habe eine frage an euch an euch schreibt mir sie in den kommentar ja oder nein könnt ihr hacken zum beispiel die unsichtbaren blocke oder so etwas schreibt es mir in den kommentar unten ja und jetzt sicher keine will das ist nicht gut weil wir brauchen eine wild egal na gut dann machen wir zuerst die plattform und dann und dann suche ich hinter der kamera die will ich ja und ich glaube die plattform wäre gut wenn sie irgendwo bei 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 den turm ist zum beispiel können wir hier machen ja hier ist es gut so und jetzt ja und die plattform muss ganz groß sein und das wird lange dauern weil dafür brauche ich wenn ich gut rechne hunderttausend blöcke ja hunderttausend ja und das wird nicht so schnell aber jetzt machen wir nur die die plattform wie es groß sein soll nicht dass das mache ich dann gut und ihr könnt meinen channel abonnieren ja ich habe schon gesagt aber ich brauche die 2000 abonniere weil ich in schulden bin ja ich arbeite schon aber auch wenn jemand arbeitet dann hat der schulden oder ja und und ich habe ich habe schulden sehr große und ich brauche die 2000 abonniere ich sage nicht dass das ist für 2000 abonniere wird aber ich arbeite auch dafür dafür habe ich auch schon etwas gespart ja und so groß wird es sein ja ungefähr so hopp 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 und ihr könnt mir auch in den kommentar schreiben ob ob sie ein youtuber seit seit oder nicht ja und jemand hat mir schon in den kommentar geschrieben auf slowakisch ja hallo black nef box hier sind keine ahnung matthias und was matthi ja die kenne ich nicht die sind fremd und sie haben mir das in den kommentar geschrieben ganz lieb und danke ich habe euch auch schon ein herzell darauf gegeben da jetzt geht es nicht ja und jetzt wo ist mein bunker ja da ist das durchschwimmen und keine ahnung warum das sand ist ja und da ist mein schöner bunker was wir in den ersten teil gemacht haben ja und ich habe auch schon seht ihr den feld vergrößert jetzt gehe ich schlafen gute nacht so und jetzt wieder zu der arbeit wo war es noch einmal hier ok und ja und und wir müssen es fertig machen weil ja keine ahnung warum weil ist der vierte teil schon ist oder ja der vierte teil ja mich wäre da noch ein blog dann hier ja so jetzt meine schaufel dann gehe ich noch schnell in den bunker baue hier ja das ist mein kraft und logik keine ahnung wie es funktioniert da kommt schon ich will drauf ja so und hier haben wir den bunker ich brauche die schaufel dringend ich mache zwei so jetzt kann ich gehen noch nicht weil ich habe fast vergessen weil wir brauchen auch eine axt so und jetzt kann ich gehen wir sind gleich da und wir können loslegen ja und ja und ja das ist ganz langweilig für euch glaube ich aber es ist so wir müssen es noch nicht das ganze weil das wird das wäre ganz lange gedauert vielleicht auch eine stunde oder so und das will ich nicht weil heute ist es draußen ganz schön und ich gehe raus und dann am abend um 18 uhr werde ich wieder arbeiten ja und das ist auch langweilig ja super ja eine ist schon gebrochen jetzt gehen wir auf die zweite ja und mit dem sind wir ist dann fertig ja die fläche die fläche ist ja ganz schön groß und da in der mitte irgendwo irgendwo da bei diesen baum dann da werden wir etwas spezielles machen aber zuerst müssen wir die bäume wegräumen dann haben wir dann haben wir auch mehr holz irgendwelche sachen zum beispiel für die achsen oder etwas und ja na na bitte das letzte holz hier gott sei dank ja und ich glaube wir haben es geschafft ja ja und jetzt könnte ich das video abschließen und im nächsten teil ja dann da da werden wir dann wird das schon fertig alles und auch die bäume werden weg und bis dann und tschüss 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 tschüss